Mist, ich gehst du einfach auf die Knie. Dann kann ich nochmal drauf treten. Oh, nö. Oh, oh. Das ist gar nicht gut. Nein, zwei. Ja, lebt doch nicht mehr, so tot. Nein, aber auch nicht. Alter, gib das aus. Jetzt stirbt aber. Quarantäne aufgehoben. Juhu. Ich habe mir jetzt nur die Hälfte meiner Munition gekostet. Ja. Nur und habe mir ordentlich eingeschenkt. Ach so, mit Tab komme ich auch zu halten. Eins. Reicht das? Nein. Das darf ich beide benutzen, natürlich. Oh, was ist das für ein Vieh? Es gibt da 5.000 Quarantäne. Das ist okay. Das ist okay. So. Und jetzt kann ich bestimmt auch raus, natürlich. Was für ein Zufall. Also ich jetzt da rauskomme und blühe. Isak, mach uns wieder keins. Oh, yeah. Wen soll ich ganz machen? Ich mach euch ganz kaputt. Das Ding hier noch. Ein bisschen eher von. Das muss die Munition ja nachladen. So, wie hat er jetzt? 90. 28. Soll ich mal auch ein bisschen was rein. 52. Naja. Viel ist es nicht. Aber ich kann jetzt noch etwas nachrüsten. Weil ich ja. Bisschen. Zwei Punkte habe. Ähm. Ich nehme dieses hier. Hier. Denn hier. Da muss ich ja den nehmen. So. Da kann ich jetzt auch meine Dinger nämlich weitermachen. Achso. Da kann ich mir die Punkte freischalten. Gut. Das war's ja auch schon. Ich habe ja nur zwei Punkte gehabt. Deswegen konnte ich nicht mehr machen. Ich müsste mehr kaufen. Aber wenn ich jetzt erst festgestellt, dass man die Kisten kaputt macht. Ist es jetzt relativ Wurst. Achso. Das Fahrstuhl nehmen. Atrium-Aufzüge sind jetzt online. Juhu. Dann gehen wir halt gleich mal rein. Komm, Fahrstuhl. Aber. Das ist Meuterei. Ich besichtige Sie alle, der Meuterei. Kein Sorgen Sie dafür, dass Sie wieder zur Vernunft kommen. Beholen Sie sich, Ben. Haltet ihn fest. Nach Artikel 5469 des Marinerechts erkläre ich hiermit Käpt'n Mathias für dienstuntauglich. Juhu. Der Walker muss in die Kapelle gebracht werden. Terrence, bitte. Es tut mir leid, Ben. Aber ich kann Sie das nicht tun lassen. Verräter. Ketzer. Haltet sein Kopf. Mörder. Haltet ihn fest. Was kommt jetzt? Der Jagd'n das Ding in das Auge. Iiiiih. Leider nicht. Ich muss den doch aufhalten. Nehmt den Doktor fest. Mein Unfall. Der Jagd'n das Ding direkt ins Auge. War ein Unfall. Ja, genau. Was haben wir hier? Munition. Was haben wir hier? Noch mehr Munition. Scheinbrauch geht es da. Gleich Munition. So, jetzt speichern wir. Weil wir haben noch sieben Minuten. Achso, ich habe doch über Speichern. Äh, naja, Speichern hat Platz gemacht. Egal. Weil wir nur noch sieben Minuten haben. Dann ist nämlich diese Aufnahmesession auch wieder vorbei. Was ist das? Laser Kanon, Schema. Oh ja, das ist gut. Dann kann ich hier rein. Alles untersuchen. Mist. Ich geh so einfach auf die Knie. Dann kann ich nochmal drauf treten. So. Ich geh mir nicht immer schade machen. Das ist ein bisschen von dem, ein bisschen von hier. Ein bisschen von allem hier. Das sind Strahlenkanonenwaffen. Ich brauch jetzt Medikids. Ich hab es eben nicht verblocken. Ein Teil der Schwerkraftplatten ist nicht mehr, Isaac. Halte die Augen offen, ob du irgendwelche Verzerrungen siehst, die von unten kommen. Die könnten gefährlich sein. Okay, danke. Öffnen. Werden wir von unten? Gegen was kämpfe ich jetzt schon wieder? Oh, Babys. Oh, oh. Jetzt muss ich aufpassen. Sind sie? Ihren eigenen Mann zerstückelst? Ah, ne. Das sind Schwerkraftdinger. Wenn sie zerstückelst haben. Muss ich aufpassen. Das soll ich bitte nicht reinlaufen. Gehst du? Idiot. Ja gut, die sind ja wirklich gut zu erkennen, die Verfärbungen. Dass ich da nicht reinrenne. Ist ja selbstverständlich. Und du kommst ja auch nicht rein. Und dem her, das ist ja relativ Wumpe. Oh, nö. Oh, oh. Wenn ich nicht nachladen müsste. Oh, oh. Vor allem, wenn ich ihn nicht so hätte. Oh, oh. Geh ihm. Geh ihm. Ja. Volle. Oh. Oh, ich bin noch gegen den Geschwind. Oh, tach. Ja. Nehm. Ich hau es mir auch gleich rein. Hehehe. Ja. 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 Oh Gott. Alter. Ich trete lieber nochmal durch, denn der war nicht tot. Dass der nicht tot war. So. Straßenmodul. Warum brauche ich jetzt mein Straßenmodul? Für das hier? V, Stellung C, Stellung F. Ach, nö. Da brauche ich jetzt mein Translocator-Dinger, also den, äh, für den Traktorstrahl. Wie mache ich denn nochmal? Hehehehe. Huuu. Ich habe keine Ahnung, wie ich den einschätze. Äh, das müsste ich nochmal nachlesen. Äh, Training, Aufgeben, Karte, Gesundheit, Zerstellen, Start, Aufrüsten, Shop, Kinesi, Kine... Mh, Kinesi? Kinesi-Modul. Rechte Maustaste... Rechte Maustaste und F. Okay. Rechte Maustaste und F. Ja, so. So macht man das, nur nicht anders da. Ja, dafür gibt es ja die Hilfe, wenn man es schon ein bisschen nicht mehr gespielt hat. Ist das ja verständlich. Oh Gott, da ist schon wieder der Dicke. Dass da schon wieder der Dicke ist. Ich habe ja Munition, aber, komm ich nochmal was, Munition. Ja, bleib sitzen. Jetzt bin ich fast down. Jetzt bin ich gleich down, aber dann würde ich auch sagen, machen wir dann Cut, machen wir dann nächstes Mal weiter. Ach, der lebt immer noch. Oh, ich habe keine Muni mehr. Gibt's das? Ja, jetzt bin ich down. Und würde ich sagen, meine Freunde, das war's dann von Dead Space für diese Woche. Und dann würde ich dann bis zum nächsten Mal. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß beim Angucken der nächsten Folgen. True.